Mein Name ist Jacqueline Lauchs und ich bin Mitarbeiterin der Bibliothek hier in Zefen und betreue den Leseclub. Der Leseclub ist eine Kooperation mit den Grundschulen der Samtgemeinde Zefen. Mit diesem Projekt wollen wir Kinder an das Lesen heranführen. Hallo, ich bin Mathilde und ich bin hier gerne, weil ich meine Freunde hier treffen kann. Diese Aktion findet jedes Jahr von den Herbstferien bis zu den Zeugnisferien statt. Hierzu besucht unser Team die einzelnen Schulen vor den Herbstferien. Nach unserem Besuch kommen alle Schulklassen einmal zu uns in die Bibliothek. Alle Kinder erhalten ihr Leselockbuch und dürfen sich ein Buch ausleihen. Ich bin hier in der Bücherei, weil es mir Spaß macht. Wer genug Stempel in seinem Leselockbuch gesammelt hat, hat die Chance auf eine Urkunde und ein Geschenk. Und wenn du jetzt schon Lust aufs Lesen hast, dann komm doch gern bei uns vorbei.